So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe ja eine kurze Pause machen müssen. Aber für euch geht es nun weiter. Wir sind im zweiten Stock. Und ja, schauen wir uns in Ruhe um. War ja klar, dass hier nichts geht. Okay, Licht an. Ist hier jemand? Ist hier irgendwas? Nope. Und wie immer geht hier auch nichts. Da leuchtet doch was. Ist das eine Batterie? Nee. Okay. So, da hinten ist ein Licht. Oh, wir haben wieder Versteckungsmöglichkeiten. Das gefällt mir nicht. Okay, ganz dunkel außer dieses Licht. Das so penetrant ist, als würde mich da jemand anscheinen. Aber kann ich jetzt nicht... Okay. Ja, kann ich einfach zu dir gehen? Wahrscheinlich nicht. Die Tür ist bestimmt zu. Oh Mann, was für eine... Ja, da geht er hin. Ach, hey, da ist aber auch alles kaputt. Na gut, selbst wenn die Tür aufgehen würde, das würde mir relativ wenig bringen. Super, was habe ich wieder für einen Horrorweg vor mir? Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen, ne? Na, schauen wir doch mal. Ah, nee, ich will jetzt die Tür nicht schließen. Ich will hier weiter. Da können wir bestimmt drüber hüpfen. Jawohl. Äh, zu genagelt, zu genagelt. Ah, hier. Okay. Da wird's auch wieder ein bisschen heller. Noch ist hier alles ruhiger auf dieser Etage. Aber wie lange wir das halten? Können wir hier was machen? Für den Wäscheschacht werden drei Sicherungen benötigt. Och, wir müssen Sicherungen suchen, damit wir hier einen Schlüssel bekommen. Das sieht ja auch ziemlich strange aus, was da drin ist. Aber ich kriege deswegen keine Info. Okay. Brauche ich jetzt auch nicht. Oh, ganz schön dunkel hier. Ah, hier kann ich ja durch, klar. Also ich könnte entweder durch die Tür oder da durch. Dann gehe ich erst mal da durch. Soll ich das Licht anmachen? Ja, ich denke schon. So, das sieht ja alles ziemlich ramponiert hier aus. Oh je. Es ist mir hier fast zu ruhig bisher. Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis hier was passiert. So, jetzt sind wir hier. Ist klar. Okay. Hier liegt aber auch nichts für mich. Oh Mann. Ich will da gar nicht durch. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Aber es ist schon stimmig hier mit den Kerzen. Ich höre komische Geräusche. Oh Gott. Was ist hier los? Warum hängt da jemand ab? Okay, du bist definitiv tot, ne? Wer hat das mit dir gemacht? Ist der noch hier? In der Decke ist niemand. Ne, hier sieht es relativ ruhig aus. Ey, das gibt doch bestimmt wieder so ein böser Schreckeffekt. Er lebt vielleicht noch und macht gleich was ganz Dummes. Aber dieses Spiel kann man ja nie vorher sehen. Das erschreckt einem erst, wenn man überhaupt nicht mehr drauf bedacht ist. Erschreckt mich nicht, Leute. Okay, mit dem Kerl kann ich nichts machen. Aber guck mal hier. Da ist eine Sicherung. Unsere erste von dreien. Schön. Wieso atmest du jetzt so schwer? Ist hier jemand? Moment, da ist... Ich glaube, da ist jemand. Scheiße. Ich glaube, der wollte mich gerade schnappen, oder? Okay. Das war verdammt knapp. Ich habe mich gerade wirklich nur auf das Atmen unseres Protagonisten hier verlassen. Zurecht. Okay, können wir wieder raus? Oh, nee, Mann. Da läuft wieder so ein Verrückter rum. Ich hasse das. Okay, mal gucken, ob er noch da ist. Das rennt ja bestimmt mit dem Gang hin und her. Nee, nee, nee. Ich sehe ihn nicht. Heißt ja, es ist viel zu dunkel. Oh weh, oh weh. Ich glaube, ich mache lieber schnell, oder? Wenn der gleich um die Ecke gepusht kommt, dann... Oh Gott. Da liegt eine Batterie. Sehr gut. Hätte ich fast übersehen. Was ist mit der Tür? Witzig nix. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück in den Raum. Ähm. Ähm. Gut, wir könnten jetzt eine Sicherung anbringen. Kriegt mir das schon was? Natürlich nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Gucken wir mal da lang. Hier hätten wir wieder eine Versteckmöglichkeit. Die werden wir bestimmt auch bald brauchen. Ich werde doch... Oh, nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, aber da ist keiner. Glaube ich. Doch, 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 doch. Scheiße. Na, das ist zu spät. Der hat mich bestimmt gesehen, oder? Ich sehe es blinken. Scheiße. Mit dem G. Ist er noch da? Ich habe so ein komisches Blinken gesehen. Hallo, verrückter Mann. Hä? Sind das Grafik-Bugs, oder? Ist das so dieses geisterhafte Wesen, das wir schon mal... Boah, ich habe... Ne, das... Ah, da steht er. Scheiße. Jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Jetzt kann ich rein. Alter, mach das Licht an. Ich sehe nichts. Ah! Scheiße, scheiße. Hat er mich wirklich gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ich renne einfach mal. Ah, hi. Wie geht's? Werde ich verfolgt? Kann ich mich hier verstecken unter den Dingern? Ne. Dann gehen wir da rüber. Vielleicht kann er das nicht. Jetzt habe ich schon komplett die Orientierung verloren, natürlich. Ist ja klar. Warte mal, hier kann ich mich verstecken, oder? Ah, ne. Da ist Batterie und noch eine Batterie. Aber ich glaube, ich bin wieder allein. Ich glaube, ich habe keinen Verfolger mehr. Brauche ich einfach mal. Inride the Wallrider. Ihr seid lustig. Mach mal dich dann. Okay, also irgendwie habe ich es geschafft, mich hier nochmal zu verstecken. Ich glaube, ich mache mal die Tür hinter mir zu. Wehe, da ist jetzt einer drin. So ein Feld hatten wir schon mal. Ich höre doch da was. Ich höre jemanden schlüstern. Ich kotze gleich ab hier. Nein, der kommt. Scheiße. Ich sehe nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin zu... Ich gehe in den Kamin. Ich hoffe, das geht. Oh Gott. Bitte sehe mich nicht. Bitte sehe mich nicht. Ich habe mich hier noch nicht fertig umgeguckt. Vielleicht liegt hier noch meine Sicherung, die ich brauche. Also bisher haben wir unglaubliches Glück. Was den Typen angeht. Aber ich will das nicht nochmal machen alles. Hau ab. Ich muss die Batterie ein bisschen entlasten. Ist er jetzt weg oder nicht? Ich sehe mal nichts. Er scheint wieder gegangen zu sein. Aber ich höre noch was. Das macht mich wahnsinnig. Okay, ich muss mich hier umgucken. Der Raum ist bestimmt nicht umsonst. Da. Jawohl. Die Sicherung. Achtung, Trigger-Effekt. Ich gehe lieber nochmal in den Schrank. Äh, in den Kamin meine ich. Sicher ist sicher. Ich warte lieber nochmal. Wir haben schon zwei von drei Sicherungen. Das läuft bisher ganz gut. Deswegen will ich nichts riskieren. Aber er scheint nicht zu kommen. Okay. Ah! Ah! Oh Gott. Scheiße. Alles klar. Alles klar. Das war dumm. Das war dumm. Das war auch ein bisschen laut. Tut mir leid. Aber das kam auch sehr unerwartet. Und ich sehe nichts. Ich komme da nicht hoch. Hallo? Okay, okay. Renn, 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 renn. Gott war das gemein. Ah, das hieß. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Und ach ja, jetzt habe ich keine Angst mehr vor dir. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt sterben. Ah, ich kriege es einfach nicht hin, die Scheißtüren kaputt zu hauen. Oh ne, was? Und noch einer. Leute. Ja, toll. Oh, toll, toll, toll. Ich bin so tot. Ich bin so tot, ey. Okay, das gibt mir Zeit. Oh, ich... Boah, dieser Schock eben. Das war schon fies, ne? Oh, ich brauche ein Versteck. Mach mal die scheiß Lampe aus. Ja, da war ich schon. Ich weiß, aber... Hauptsache, jetzt mal verstecken. Oh. Ey, das war gerade echt ein Mörder... Schocker für mich. So, da versteck dich erst mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war so fies. Das war so fies, ey. Also, die Jumpscares sind eine Sache, aber das... Gerade in dem Moment, wo ich durch die Tür wollte, steht er vor mir. Oh Gott. Okay, er hat anscheinend mich eh verloren. Mist. Ich habe jetzt keinen Peiwusch. Diese Dumme. Ich muss weitermachen. Ich habe ja... Das Rumcampen bringt mir jetzt mal gar nichts. Ich war hier in der Ecke schon. Hier ist nix. Ich muss nochmal zurück. Aber da, wo der zweite Typ war, da habe ich halt... Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, wie schaffst du das so früh? Oh, ich kriege es wieder nicht... Nein, ich habe voll die Steuerungsprobleme gerade. Hektik. Ja. Weißt du was? Am besten bringt es mich um. Dann habe ich es hinter mir. Da ist nix. Okay, jetzt hat er mich. Ah, nee, nee, nee. Wie unangenehm. Okay. Wäre ich jetzt nochmal alles machen oder hat er zwischengespeichert? Ich weiß gar nicht. Hm, mal gucken. Ich bin wieder hier. Ah, toll. Wisst ihr was? Jetzt gehe ich aber gleich dahin, wo ich noch keine... Wo ich noch nix gefunden habe. Die dritte, die mir noch gefehlt hat, die will ich jetzt sofort... ...auf Anhieb finden, sage ich mal. Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Ich weiß, da war da noch der andere Typ. Der wird mich wahrscheinlich jetzt auch gleich überraschen. Glaub ich. Aber hier sehe ich nix. Da, ich bin dann aber auch so hektisch, ne? Da ist noch eine Batterie. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal übersehen. Bin dann auch so hektisch und dann komme ich mit der Steuerung voll nicht mehr klar. Das ist so peinlich. Naja. Nachtsicht und Kamera weglegen, das verwechse ich dann immer. Total blöd. So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ne, ich will mich hier nicht verstecken. Okay. Komm, das kriegen wir doch jetzt noch hin in dem Part, oder? Der ist schön. So. Der da lang. Also, der Weg, wo ich noch nicht war, war hier, glaube ich. Wobei, hier ist nur mein Versteck, aber da war doch... Wo war denn das, wo der Typ noch war? Hier anscheinend nicht. Okay, da muss ich da lang. Und man hat zwar erst voll Schieß vor den Viechern, aber dann geht es ja eigentlich wieder. So, genau. Hier in dem Gang habe ich mich nicht wirklich umschauen können, weil da noch einer war. Ich weiß gar nicht, ob der mir... Genau, da war der Typ, der macht mir natürlich nichts. Ist klar. So, jetzt die Frage, links oder rechts? Ich gehe erstmal hier gucken. Das sieht so krass wichtig aus. So, mein Freund ist eh gerade woanders, wie es mir scheint. Ah, hier... Ne, da war ich ja... Ah ja, genau. Genau, zu dem wollte ich. Der scheint mir nichts zu machen, oder? Der ist zwar blöd, aber... Und er hat eine Waffe, aber er nutzt sie nicht. Zumindest noch nicht. Der will mir nur Angst machen, hoffe ich. Und da hinten... Ah, toll. Wetten, wenn ich die Sicherung nehme, dann geht es rund. Wetten? Das ist jedenfalls die dritte, die mir gefehlt hat. Das war so klar. Ne, er geht. Oder? Ne, er geht zu mir. Ja, er geht zu mir. Okay, Leute. Die sind ja aber auch ganz chillig drauf eigentlich, wenn ich das so beobachte. Also... So, dann gehen wir jetzt nochmal da lang, weil da war ja mein anderes Teil. Ich kann ja jetzt auch erstmal alle drei sammeln, oder? So, schnappen wir doch schnell die Batterien. Ah, ich weiß nicht, wenn der im Schlitzen kommt... Ah, da ist der andere. Schön. Hi. Aber ist mir jetzt gerade relativ egal. Ah, ich... Jetzt brauche ich erst wieder ein Versteck. Oh, die sind so schnell, ne? Ich drücke und es passiert nichts bei den blöden Türen. Das ist doch kacke. Das ist richtig doof. Na gut. Rennen wir erstmal hier wieder weg. Das macht nämlich nichts. Dann können wir gleich zu unserer... Ah, shit. Nein. Nein, 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 nein. Ich sehe nichts. Ich habe orientiert verloren. Äh, ich will da durch. Jetzt renne ich wieder da hin. Ja, hi. Ey, ich glaube, der hat aber wieder... Das ist unser Versteck verloren. Der ist gar nicht so akku, der eine Typ. Jetzt mach mal die Tür zu... Das gibt's ja wohl nicht, ey. Ich bin doch schon durch gewesen. Ach, ich hasse es. Das zweite Mal den hässlichen Fail gemacht. So, ich glaube, ich muss mal hier... Meine... Ungünstig. Ungünstig. Da, 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 da lang, da lang. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell da durch. Oh, das ist so schnell, der Kerl hinter mir. Ich muss einfach einmal die Tür hinter mir zubringen. Dann wäre es ja in Ordnung. Jetzt da. Nein. Bin ich drin? Ja. Okay. Suchen da. Ach, Mann. Aus mit dem Dreck. Warten. Alles cool, Leute. Alles cool. Kommt der jetzt überhaupt? Oder hat er mich verloren? Die ganze Zeit war er verrückt hinter mir her und... Lass mal einen Schluck trinken, ey. Das Spiel macht mich gerade richtig fertig. So. Ist er jetzt da oder nicht? Er ist nicht da, ne? Dann kann ich hier jetzt beruhigen, gewissens Versicherung Nummer 2 nehmen. Nehme ich hier. So. Brauche ich nur wieder die dritte. Dann haben wir es. Oh, war mal der, der... Ja. Das ist anscheinend getriggert. Immer wenn ich die Batterie nehme, dann kommt der erstmal. Meinetwegen. So, jetzt muss ich nur wieder die dritte finden. Die hatte ich ja auch schon mal. Dann haben wir es. So, der haut ab. Hoffe ich. Bist du weg? Nein. Er guckt unter dem Bett, da bin ich zum Glück nicht. Machst du? Wie wäre es jetzt langsam mit abhauen? Jetzt nehme ich richtig auf den Keks, Junge. Okay. Okay. Gut. Wo war jetzt die dritte? Das ist die Frage der Fragen. Na gut. Eigentlich in dem einzigen Weg, wo ich jetzt noch nicht war. Aber da rennt der Typ halt auch gerne rum. So, der ist jetzt logischerweise wieder weg. Okay. Wieder in unseren zentralen Raum. Wenn ich doch jetzt nur schon die dritte hätte. Oh ne, ich muss nochmal da hinten hin. Mal überlegen. Da ging es raus. Okay, da muss ich hier in die andere Richtung halt. Aber wo war die jetzt? Warte mal, was war hier nochmal? Ah, hier war meine Versteckmöglichkeit. Weil ich jedes Mal vor lauter Panik dann vergesse. Leider. Dass ich da eigentlich mal was machen könnte. Okay. Ich höre doch schon wieder ekelhafte Oh, komm. Nerf, 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 nerf. Gucken wir, ob das jetzt klappt oder ob er mich noch sieht. Shit. Das ist zu spät, oder? Menno, ich muss aber in die Ecke. Da ist es irgendwo. Oh, Nervensäge. Scheiße. Ich glaube, er ist hier. Ah ne, da hinten sehe ich was wuseln. Oh Leute. Also ein bisschen nervig ist es mittlerweile schon, dieses Hide and Run Prinzip. Ich liebe es ja. Ich finde es besser, wie wenn man sich hier durchschießen könnte. Aber es wird ein bisschen zu stark ausgereizt gerade. In so einem engsten Raum, wo man einen gewissen Weg rein muss und dann ist da halt wieder der Gegner da. Ich komme jetzt immer öfters und versuche, die Gegner einfach zu tolerieren. Dass die mir nachrennen. Hauptsache ich komme an mein Ziel. Und das ist, ich weiß nicht, das macht die Sache dann irgendwie blöd. So, jetzt rennt er nämlich wieder in die Richtung, wo ich jetzt gerade hin muss. Das ist doch scheiße. Hielt aber alles nichts. Das ganze Jammern kann ich mir auch schenken. Ich muss ja jetzt das irgendwie durchziehen. So. Jetzt kommt er gleich wieder, ey. Das ist eigentlich total sinnlos, was wir hier machen. Dann muss ich ja wieder vorbei rennen. Ne, da hinten war ich ja schon. Da habe ich es geholt. Also ich muss ihn... Ja, toll. Seht ihr, das ist so dumm. Das ist einfach dumm gemacht jetzt, finde ich. Das nervt mich jetzt gerade voll. So, ich lade jetzt mal nach, weil hier ist halt irgendwo da, ne. Machen wir die Tür zu. Vielleicht habe ich eine Möglichkeit, mich hier zu verstecken. Ah ja, Kamin. Ja klar, Kamin. Da rein, schnell. Schnell da. Geh da schnell rein, Mann. So, irgendwo da ist. Wenn er mich jetzt sieht, dann muss ich halt schnell zur Sicherung rennen. Da hinten irgendwo. Vielleicht habe ich auch Glück. Hi. Ja, ich bin total schlüpfrig heute. Und wie schlüpfrig ich heute bin. Bist du weg? Oder willst du mich noch nerven heute? Ich glaube, er ist weg. Gut. Oder? Bist du wirklich weg? Alles klar. So, dann schleichen wir uns jetzt darüber zur dritten und letzten Sicherung. Und ich hoffe, dass dann mal gespeichert wird. Ich will den Dreck nicht nochmal machen müssen. Wo ist jetzt da? Es wird nicht gespeichert. Das heißt, ich muss noch ich muss es schon noch zum Sicherungskasten schaffen. Und ja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich muss wieder am Gegner vorbeirennen. Da hilft ja alles nichts. Schaut mal, ich hätte eventuell den Schrank eventuell zuschieben können. Dann hätte er die Tür nicht aufbekommen. Glaube ich. Vermutig. Gut. Ja, ich sehe ihn schon. Da hinten führt alles nix dran vorbei. Muss mich leider einmal schlagen lassen und muss hier vorbei. So. Jetzt da lang. Glaube ich. Und da weiter lang. Und da rüber. Und in mein tolles Haus. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt ganz schnell wieder... Was? Ich hab sie doch. Na egal. Hä? Ich hab doch alle drei. Oder kann ich jetzt nicht mehr bis drei zählen? Nein, egal. Ich versteck mich erstmal. Dann haut der Typ nämlich wieder ab. Äh, wenn ich Versteck finden würde. Zählt das noch? Ja, ich denke schon. Hau ab jetzt! Du hast mich genug gestresst. Ich will in Ruhe meine Sicherung anbringen. Junge! Gut. Weil der geht wieder in die blöde Ecke. Ähm. Und das heißt, ich hab dann meine Ruhe. Haben wir es ja doch noch geschafft. Ach ja. Schönes Spiel, ne? Gut. Ich glaub, wir können gehen. Wie du fällst dich jetzt an, dass du ein patrouillierst hier rum dann töte ich dich, wenn ich könnte. Das verspreche ich dir, mein Freund. Ach je, oh je, oh je. Ähm. Da dann. Aber er atmet so schwer. Komm, mach mir keine Angst. Der darf hier nicht sein. Genau. Genau. Benutz jetzt hier deine Sicherungen. Eins. Zwei. Drei. Speichern? Wie wär's? Was passiert jetzt überhaupt Tolles? Ach so. Okay, Schlüssel. Komm, mach schon auf. Hey. Hey, willst du mich verarschen? Okay, es hat gespeichert. Ich hüpfe mir einfach hinterher, oder? Geht das? Nein. Geht natürlich nicht. Ähm. Ne, hopp. Ey, Leute. Oh, wisst ihr? Ja. Hau mich halt wieder mal zu. Ey, hier. Ich steh drauf. Aber es hat gespeichert. Es sind mir jetzt relativ Wumpe. Ich muss jetzt nur irgendwie zu meinem Schlüssel finden. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Ich laufe hier gerade total falsch. Ich muss wieder in die Halle. Ich muss wieder in die Halle zurück. Tut mir leid. Ich muss nur mal an dir vorbeirennen. Mein hauwütiger Freund. Hier bin ich falsch. Ich muss hier durch. Bin ich doch mal stark. Und der Musik zufolge folgt der Typ mir auch gar nicht mehr. So. Falls doch. Dann hat er jetzt erstmal was zu tun. So. Hat sich hier was geändert. Irgendwas. Ne. Ich glaube. Wo ist denn der Typ? Ich brauche den Schlüssel. Aber wo ist der jetzt genau hingefallen? Ach, Mensch. Jetzt geht die Sucherei schon wieder los, weil ich es nicht blicke. Total failig heute. Ich weiß. Tut mir leid. Ja, er ist runtergefallen. Logischerweise muss ich auch runter, oder? Weiß nicht. Kann ich nochmal da runter zurückgehen? Was ist, wenn das falsch ist? Ja gut, ist ja eigentlich egal. Hab ja gespeichert, ne? Komm. Also es geht zumindest. Sie lassen mich zumindest zurückklatschen. Und hier höre ich auf einmal Schritte. Was war hier eigentlich nochmal für ein Problem? Warum konnte ich hier nicht weiter? Irgendwas war hier. Hier war doch mal ein Problem. Ich konnte doch das letzte Mal nicht in den Keller, oder? Wieso kann ich das jetzt? Ja, ich kann es. Okay. Guck mich mal um. Vielleicht ist er irgendwo hingefallen. Ah, doch, doch, doch. Da konnte ich hin. Da war ja mein einer Freund hier in der Ecke. Genau. Den ich ja nicht unbedingt stören wollte. Ist das ein Geheimgang? Ist ja cool. Vielleicht gibt es sowas in dem Spiel nicht. Ne, ne. Das ist so unbehaglich mit dem Kerl, der einfach nur in der Ecke steht. Nicht die schöner Creepy-Effekt. Äh, ne. Aber da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Ich wollte eigentlich in den anderen Flügel, wo rein theoretisch der Typ runtergefallen ist. Wenn er überhaupt so weit runtergefallen ist. Vielleicht habe ich auch ein... Ja gut, hier komme ich auch gar nicht durch. Aber ihr müsst doch durchgehen. Oder nicht? Ah, ich sehe es schon, Leute. Ich hätte da überhaupt nicht hin sollen. Er ist irgendwo noch da oben. Ich gucke hier nochmal. Hier war ja mal kein Gegner. Oh. Ja, der war auch schon früher da. Weil wenn jetzt hier was Neues ist, dann weiß ich, dass es hier weitergeht. Das wäre eigentlich schon fast praktisch. Deswegen gucke ich mich einfach nochmal hin. Wir haben ja die Zeit. Ja, die Toilette. Klar. Kein Problem. Ich lasse mal offen. Hier haben wir noch... Was? Habe ich die das jetzt mal übersehen? Ja, umso besser. Da war es nicht umsonst. Wir farmen halt erst eine Runde Batterien. Kann nicht schaden. So, dann nochmal hier gucken, hier hinten. Aber das kann nicht sein. Glaube ich nicht, dass hier jetzt... Doch! Wir haben alles richtig gemacht, Leute. Wie geil! Da ist er! Hi! Gib mir den scheiß Schlüssel. So. Den Schlüssel für den zweiten Stock. Ja, wunderbar. Oh Mann, was für ein Akt. Aber wir haben es ja doch irgendwie mal wieder bewältigt. Und das nächste Mal werden wir den Schlüssel dann im zweiten Stock einsetzen. Toter Bulle. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play! Und hoffentlich weniger fail. Outlast! In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und mit einen Blick auf wie einst, bitte lebst. Aber wir sind, wenn viele Kollegen achthub. meu��raf. Feuer.